So, lieber Lia, Bauchnabel. Ohren hast du gerade ausgehalten, Bauchnabel schaffen wir auch. Also, jetzt mit der Klemme, die Hautschichten spannen und dadurch ist der Einstieg weniger zu spüren. Braucht euch keine Angst haben, Ohren sind im Allgemeinen unangenehmer als der Bauch. So, perfekt. Darf ich? Alles okay? Ja, ich schaue ein bisschen hart vor. So, und bitte einmal kräftig ein- und ausatmen. Das war's. Und? Alles gut. Alles gut? Was war schlimmer, die Ohren oder Bauch? Bauch ein bisschen. Echt jetzt? Oh je, hätte ich nicht gedacht. So, kräftig ein- und ausatmen. So, das haben wir auch geschafft. Ich spüle noch kurz ein, dann hast du es überstanden. Keine Angst, es brennt nicht. Genau wie bei den Ohren auch. So, das wär's. Danke schön. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.